Musik So, nach den failigen Versuchen im letzten Part weiß ich jetzt wo es hingeht hat mir Dacraptor geschrieben ähm na gut es lag aber auch mitunter daran, dass die Missionsbeschreibung durch ein Patch da äh ein bisschen kaputt ist also mein Ziel ist es anscheinend jetzt da hin zu kommen heißt ich muss ganz raus und durch den Garten sagen wir es mal so so äh? ach so da ist noch eine Wache Moment bin ich überhaupt richtig? ich muss mich erst mal ein bisschen orientieren äh doch das ist richtig ich lang wollte so ich weiß nur nicht ob ich den jetzt K.O. schlagen konnte oder nicht nein konnte ich nicht der hat einen verstärkten Helm gut den Schlüssel nehmen wir trotzdem trotzdem einfach weil ich es kann ähm kommt der jetzt hier hin zu mir so so niemand und so jetzt sehen sie auf jeden Fall mich nicht mehr ich hoffe dass das so reicht die machen das bestimmt eh wieder an denke ich mal weil ich meine ich hab das hier auch ausgemacht ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher ich muss das doch alles ausgemacht haben hundertpro da ist nichts mehr äh mir kommt so vor als wären die direkt hinter mir nein hier ist niemand ähm so jetzt muss ich irgendwie nur noch nach draußen kommen und das ist ah ich bin da ungefähr hier hm so wir gehen einfach mal hier drüben hin äh so genau da wo ich hin wollte weil dann gehe ich nämlich äh ach so ich hab die die Karte falsch interpretiert ähm ich glaub das bringt nicht so viel vielleicht ein bisschen ähm so zu und schon komm ich in den Innenhof ähm so ich hoffe dass ich nicht irgendwie gesehen wurde so da oben waren wir ja schon auf dem Balkon ähm heißt ich muss jetzt hier hinten da ja gut das kriegen wir hin wer macht denn hier solchen Lärm ich nicht hier ist niemand zack hier du oh das gefällt mir nicht wo wo geht's denn ne ich Mann wo geht's denn hier hin ach so gibt's hier einen Weg um von hier in die Registerdings zu kommen ne Laborgeräte Leichenhalle äh Bericht des Gerichts Mediziner Identität Unbekannt Fundort Abwasserkanal Todesursach heidnische Bräuche gut hätte ja sein können dass es hier einen Weg nach oben gibt nehmen wir es wohl nicht so heißt aber auch ich muss an dem Typen da vorbei so wie es mir scheint also an dem also das ist der Alarmknopf ah das gefällt mir nicht also der hellste ist der Typ nicht Gesundheit äh warum setzt die Musik jetzt ein also mich soll es nicht zerstören weil ich finde die cool aber im Namen von Sheriff Stuart stehenbleiben ne das ist nicht gut gewesen wie wie hä ich hab echt keine Ahnung wie ich den da jetzt wegkriege was hab ich denn hier Wasser Moos Seil Lärm Lärmpfeil ihr habt euch selbst verraten so ich hoffe ich komm da auch wieder raus ich blick hier gerade mit der Speicherung nicht durch ja jetzt geht die Musik wieder los für mich sieht das wie nach einem schlechten Zeichen aus so aber wir werden es sehen kann ich den Schlüssel dafür nutzen perfekt gar nicht kann ich da die die Triche benutzen nein was haben wir hier überhaupt nichts so was finden wir hier überhaupt hier ist auf jeden Fall eine Geheimtür ich muss nur wissen wie ich da durchkomme was soll mir diese violette Bereich da sein äh ja es ist nur die Frage wie komme ich hier weiter tendenziell würde ich sagen ist hier irgendwo was versteckt äh ich sehe hier aber auch nichts hm ist doch schwieriger als erwartet hm hm es muss doch irgendwas geben damit sich das hier bewegt ah öffnet sich das jetzt auch ah ich stand davor das war mein Problem ein geheimer Eingang so ich hoffe das ist jetzt richtig ich bin mir ja nicht ganz sicher das sieht gut aus in meinen Augen äh Lucy Walker was erreicht unsere äh was warum was wie komme ich hier auf was äh uns erreichten verschiedene Beschwerden dass ihr den Alchemisten Grimard belästigt aus Rücksicht auf euren Herrn und wollt ihr bisher noch nicht verhaften wir weisen euch hiermit darauf hin dass jede weitere Belästigung eine eure Festnahme und die Konzierung eures Eigentums nach sich zieht für eine sichere Stadt Bachmann Morgan äh ne jetzt bin ich im Zentralbüro keine Sorge äh äh ein blablabla ne das ist jetzt das ist nicht das wo ich hin wollte Wasserfall äh das könnt ihr euch durchlesen wenn ihr wollt aber das ist halt jetzt nicht das was ich wollte ich wollte eigentlich zu den Geheimakten ich weiß noch nicht wie ich da hinkomme es ist mir noch ein Rätsel hm ja es ist mir jetzt egal wenn ich erwischt werde weil hier bin ich gleich wieder außerhalb da wo ich schon war also irgendwas übersehe ich da wollte ich nicht hin ich bin auch ne Ebene zu tief das steht fest so ja kletter doch die Leiter hoch so ist mir immer noch nicht also irgendwie da äh heißt hier muss es irgendwo einen geheimen Weg geben also von da komme ich Moment ich muss mich jetzt erstmal einordnen so hier bin ich da jetzt bin ich hier heißt wenn ich jetzt hier reingehe müsste ich bei den Geheimakten sein so fast ah ne das ist die andere Seite wo ich hin muss da sind die Geheimakten und wie komme ich da rein ich habe keinen Schlüssel oder ja das ist jetzt nicht so cool wo ist der Schlüssel dafür ja verdammt äh hab ich die Tür wieder zugeschlossen fail das ist der dritte von diesen Schlüsseln also das ist keiner von denen die ich brauche boah nächstes mal ohne Spaß wie wo habe ich schon wieder Dings übersehen ja ja es gibt aber auch nichts anderes hier stimmt was die öffnet ja ich denke ich gucke das für den nächsten Part nach und bis dahin ich meine Kendi anschauen ich ich bin es ist ist ber